Hallo und herzlich willkommen bei der Mutti-Bärenbande. Heute kriegst du dann noch unter dem Sack den Terranor und den Bodos, den Tett und den Stratter-Deck. Ich fang demnächst an mit dem Terranor, pass auf. Quatsch. Das läuft dann ohne so wie du dir das vorstellst. Nee, ist es auch nicht. Das war's, Protoss, Terranor? Ja. Wollt ich nicht zumachen, mach ich trotzdem. Protoss, Terranor. Es gibt echt nur eins mit mir im Moment vorne als bei Protoss gegen Protoss zur Zeit. Und das ist Flieger? Kennenrush! Machst du jetzt so was? Fuck auf, ja jetzt mach ich's. Okay, dann mach ich, äh, keine Ahnung. Linge. Ich werde normal weiterspielen danach. Ich mach auch normal, ich mach Exit first. Okay, wir machen eine zweite Sonder. Bin damit, als Mietchild. Der macht komplett zu. Er macht auch keine Ahnung wasch. Er hat auch eine Schmiede gebaut. Er hat eine Schmiede gebaut. Er hat eine Schmiede gebaut, aber er macht komplett zu. Das ist komisch. Oh, nein, 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 nein. Hahaha. Ich hab dich gesaved. Aber du kommst nicht mehr rein bei ihnen, ne? Ja, cool. Mach das komplett. Da hab ich dich abbrechen können. Scheiße. Da hab ich dich abbrechen können. Ich mach's doch selber Cannons. Naja. Okay, Cannons musst du da abbrechen, ja. Okay, Cannons musst du da abbrechen, ja. Shit. Ach, fuck. Ha, schon durch. Ist aber halt dicht der Typ, ne? Er macht der Flieger jetzt. Er ist komplett dicht, ja. Hallo, wir sind mit Aufnahme. Oh, Entschuldigung. Ah, da hab ich jetzt nicht drüber gedacht Also das geht ja gar nicht Huch Da hat sich halt zugebunkert, ne? Naja, komplett eingebaut Wir müssen uns den Turaner crushen Ah, Kennen, was ist alles meins? Da hab ich's wahrscheinlich zu wenig nebenbei gemacht Das kann durchaus sein, ja Der Raner spielt, Bayo Hm Wir brauchen mehr Overlords Nicht genügend Wir brauchen mehr Mineralien Wir brauchen mehr Mineralien Wurde gescannt Ja, weil wir wissen, was du machst Wir brauchen mehr Mineralien Wir brauchen nicht Wir brauchen mehr Mineralien Katze, was ist denn los? Katze, was ist denn los? Wir brauchen hier oben Katze, was ist denn los? Wir brauchen hier oben So, ich brauch Charge, Bainlinge Bainlinge mit Charge Wir brauchen hier Wir brauchen mehr Mineralien Da ist schon ein Panzer stehen Ja okay Der hat gescannt obwohl es hat noch keine dritte also das ist jetzt nicht das kunst der komplett mit er hat viele kinder das bei dem flieger das ist ein asoziales spiel mit den dingern es ist also bei der warne das ist ein asoziales mussten nicht viel können eigentlich gesagt muss ich halt ein paar mehr bauen darauf dass wir schon verloren haben so viel wenig meine reihen Du Genobels kann ich dir was geben. Oh. Sau wenig Gas. Gas kann ich dir leider nicht geben. Ist ok. Das Brot ist Post halt echt Pi Gas auch. Ja diese Felken sind echt. Einfach nur warm. Ja. Das können wir wieder meins. Unschön. Einfach nur unschön. Einfach übertrieben sind was. Vielleicht gleich 3 Türmchen bauen. Sonst kriegst du doch auch eine Stiche. Ich muss jetzt Echsen. Es hilft nichts. Da kommen wir. Was? Flieger. Hier ist nur ein Panto. Hier ein Echter. Ist nicht meine Idee. Mal gucken was der Gegner hat. Ich bin hier in der Schaden. Ihr habt nicht genug Mineralien. Ich bin hier in der Schaden. Wir benötigen doch noch mehr Rechen. So du 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 du. Hier genau hat's. Wir benötigen mehr Luft und Forschung abgeschlossen. Echt kein Gas ey. Weitz. Üb. Das müssen wir in einem Energiefeld platzieren. Ich glaube überhaupt nicht. Ihr habt nicht gelesen Mineralien. Hatte schon eine dritte? Ja, ich habe schon eine dritte. Nee, der andere. Machst du schon mal eine Pfote am besten? Ja, da sitze ich gerade mit dir oben. Ist gut. Ich werde da auch noch schon da oben geext, ne? Ich geexte mich da oben bestimmt die ganze Zeit. Wo denn? Da oben? Ach du scheiße. Ja, wie gesagt, wenn der Träger genug Träger dann hat, dann ist eh vorbei für uns. Wird ja nicht nur Voids bauen. Injects nicht vergessen, noch ein paar Upgrades mal nehmen. Da kommen sie schon. Das hat ja fast alle Voids verloren. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist auch wieder so eine Scheiß-Map, ey, ja, geh du unten hin, im besten. Da sind alle Mäppchen, ne, alle Mäpps für Flieger. Naja, kommen sie zu unten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf, ihr müsst zusätzliche Kinole bauen. Kalt ist die Leere. Basis. Ah, man hat aber jetzt ein paar verloren, jetzt kommen sie unten, ne. Geht du runter, ich mach das hier schon. Aus der Storm? Ich kann hier mal Storm dazustellen. Ich glaub er, er scannt einfach nicht. Weil ich hab Beidlinge versteckt. Dann bleibt er einfach stehen grade, off guard. Ja, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ja, kommen sie bitte. Aufgeschlossen. Der Rano steht da noch. Oh. Wie gesagt, der Tosport jetzt grad... Träger. Oh, ich bin noch 200. Ich bin noch 200. Uh. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Also wir können den Teran versuchen mal zu pletten. Tora hat ja auch schon mit dabei. Ja, wir müssen jetzt versuchen los. Ich hab bisschen Storm. unten sind wir jetzt in den drop drinnen und die träger und kolosse vorbei der marie kommt ja zu dir vielleicht wo er bestimmt droppen ne doch nicht ne der will sich ja auseinander nehmen beide weg hemmel warten und halt keine ulis mehr bauen ja da kommen halt die flieger ich hab nicht verlegen die flieger gerade ne 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 Ich hab Anus halt tot. Die Verschreibung ist abgelöst. Hast du noch Trocken? Ich komm halt hier oben nicht lang. Wir haben das scheiße gebaut. Ich kann auch von hinten lang. Mhhhhh. Gegen die Träger haben wir keine Chance mehr. Ja, die Kombination ist auch viel zu hot. Komm, Marines kann ich noch schnetzen, aber ist vorbei. Komm, den nächsten drei Träger. Komm, rausgehen. GG. Alter ey, was ist denn los in letzter Zeit? Wir spielen auf Platiniveau jetzt zur Zeit, hä? Wir sind schon auf DR3 runter. Ja, wir sind in DR3, das ist doch nicht Platiniveau. Ah, so schlecht wie wir spielen zur Zeit. Tja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in Endcard. Tschüssi. 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 Tigipners. TimPage index находится vom Tor. Ja. Es ist der Interesse. Tschüssi. Es geht doch nur beim Gleiche.